ist auch wieder typisch überall wiese überall kann er sich hinlegen aber er legt sich natürlich in den dreck das wollte er gerade eben schon wieder anfangen hier sich rum zu wälzen komm chef wir gehen jetzt ja du bist du bist noch so schön sauber ich möchte das auch noch ein bisschen beibehalten und es geht weiter das nächste feld so ich schaue gerade ob ich den ball von chef wieder finde vom letzten mal vielleicht ist er irgendwie hier runtergetrieben oder so aber sieht echt schlecht aus also der ist wie vom erdboden verschluckt das gibt es nicht jeff den hast du richtig tief eingebuddelt ja juck dich nicht was ja mittlerweile schon wieder ein paar neue obwohl das wetter heute richtig gut ist der chef ist heute auch gut gelaunt haben wir noch keinen getroffen hier wahnsinn da vorne ist jemand echt wahnsinn was was hier abgeht also wir haben jetzt 200 getroffen wovon einer in kontakt getreten ist mit jeff und das war ein ziemlich ängstlicher und er freut sich aber mittlerweile fast schon richtig auf dem jeff der spielt mit keinem hund gar nicht und jeff versucht den immer zu animieren aber der ist das nicht wirklich überzeugt der möchte irgendwie nicht und der andere hund der durfte gar nicht besitzer haben gesehen dass du ein rüde bist dann durftest du gar nicht heute ist es wirklich sehr sehr mager also ich werde ich wirklich mal sehr verbunden wenn ihr mir so was mal erklären könnte also auch hier also ich weiß nicht da kann man es auch gleich liegen lassen aber jetzt jetzt die kacke mit der tüte aufhebe und die dann an zauern hänge oder den beutel zu machen und es trotzdem ins gras schmeißt das ist doch irgendwie ich weiß nicht warum macht man so was die nächsten rentner sind gesichtet ja das ist ein bisschen größer als jeff nein 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 75 kg also der hund ganz komisch heute jeff konnte zwar ein bisschen spielen aber ich muss ihn doch fertig machen mit dem ball weil ihr seht der ist immer noch hoch fokussiert der muss noch was machen jeff sitz jeff bleib und hey aha und ab ihr guck ich 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 Vielen Dank.